Hey Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Fortnite mit dem guten alten Izzy. Was geht Izzy? Heyho! Wir spielen jetzt heute 50 gegen 50 und werden mal gucken, wo wir jetzt abspringen müssen. Izzy hat gesagt, sie weiß auf jeden Fall, wie das hier funktioniert. Sie ist der Profi, ja. Ich hab das einmal gespielt, 50 gegen 50. Ja, ein einziges Mal. Ja, das springen wir alle ab, ok. Das heißt, hier gehen jetzt alle... Ich muss kurz erklären, was sie jetzt machen werden. Auf jeden Fall ist es das gleiche wie normalerweise auch, nur dass sie jetzt halt 50 gegen 50 spielt. Lass abspringen und will hinfliegen. Go, go. Und ich hab mir ein Skin gekauft. Wie findest du mein Skin, Izzy? Wunderschön. Guck mal, ich bin doch ein Mädchen geworden. Echt? Bist du ein Mädchen geworden? Ja. Oh, die Fluganimation wurde geändert. Die Füße bewegen sich jetzt ein bisschen mehr. Siehst du das? Man fliegt nicht mehr wie so ein Stock, so gerade irgendwie in der Luft. Das fällt mir auf? Ja, sowas fällt mir tatsächlich auf. Das wäre der Wahnsinn. Oh Mann, ich hoffe einfach nur, dass wir ein bisschen gewinnen. Und ehrlich gesagt, es ist nicht die beste Abspruchsstelle gewesen, die ich jemals hatte. Guck mal, ich hab ein Regenschön. Siehst du mich? Äh, ne, ich seh dich noch gar nicht. Den Regenschirm bekommt man nur, wenn man ein sehr guter Spieler ist. In der Tat. Wenn man schon mal eine Runde gewonnen hat. Ey, sag mal, kriegt man auch den Regenschirm, wenn man 50 gegen 50 gewinnt, kriegt man dann auch? Nein, nein, dann kriegst du keinen. Du musst mindestens Duo, glaub ich, gewinnen oder vielleicht ein Team sogar. Ich glaub, ein Team kann sein. Warte, aber ich geh gleich in das Haus rein. Ja, ja. Ich hab eine Granate gefunden, ne? Das ist nice. Und ich geh gleich in den Keller runter, schau du auf dem Dach oben nach. Ja, ja, guck mal, guck mal oben hier. Das krieg ich hier irgendwo. Loot immer alles durch. Jo, ich hab blaue Pumpgun und ich hab ne Kiste gefunden, ne? Das ist nice. Jo, jo, alles Gucci. Du wirst ja eine Waffe finden, hoffentlich. Ey, sag mal. Falls du keine Waffe bekommst, ich hab eine für dich ready, okay? Das wär super, ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts bekommen. Sammeln ein bisschen Holz oder sowas. Ja, okay, okay. Ich hab Munition, ich hab Holz, aber sonst ist noch gar nichts am Start. Okay, okay, chill, chill, chill. Hier sind noch hunderte Leute. Oder bist du? Du kriegst von mir, ähm, du kriegst von mir ganz gechillt jetzt erstmal hier ne Dingster-Boomster. Hammermäßig, dankeschön. Oh nein, kannst du die benutzen. Wie viel Schuss hast du da drin? 48, das sollte auf jeden Fall reichen. Definitiv. Wir sind auch in der Stadt abgesprungen, wo am meisten los ist hier. Jo, also ich würde sagen, oh, wir sind sogar gerade in der Mitte des Kreises gelandet, das ist auch sehr nice. Ey, perfekt, das ist nice, ja. Oh, guck mal, da oben ist einer. Oben ist einer, okay. Woher wissen wir, ob das jemand in meinem Team ist? Das müsste ein Gegner sein, sonst wird's angezeigt, glaube ich. Oh, oh, nice. Nimm die Sniper, nimm die Sniper, genau. Okay, ich hab jemanden gehört. Pistole, na egal, ich nehm mit. Chill, chill, chill. Lass hochgehen. Okay, okay, okay. Der muss hier irgendwo sein. Au, aufpassen! Okay. Da war ne Nate, da war ne Nate. Hast du ne Shotgun, ja ne? Jo, 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 deswegen geh ich ja auch gerade vor. Das ist nice. Ist er da? Jo, jo, alles gut, alles gut. Nice. Oh, lo, lo, chill, chill, chill. Ist er da? Ich nehm den mit der Sniper. No, es kommt mit der Sniper, warte. Warte, 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 der kriecht. Oh man, oh mein. Nein. Überhaupt nicht, Mann. Das war ein 360 no scope, den ich grad gezogen. Äh, das ist glaube ich ne Pump, und ich hab glaube ich keine Pump, aber ne Sturmgewehr nehm ich gerne mit. Hier, du kannst die Verbände gern haben. Oh, danke schön, okay. Warte mal. Ähm. Also einen haben wir auf jeden Fall. Ich würd schon gern mal das 50-50 hier gewinnen. Ist ja eigentlich ganz nice. Ja. Von unserem Team leben noch 34 und von denen noch 33. Ist also irgendwie ein bisschen ausgeglichen. Ähm. Wollen wir vielleicht in das weiße Haus dahin gehen, wo ich grad hinlaufe? Ja, ich lauf dir grad so ein bisschen langsam hinterher. Ich musste grad mein Inventar noch sortieren. Alles klar. Falls jemand hier sieht, sag sofort Bescheid. Guck mal, da hinten bauen welche. Jo, ich seh welche. Cheer. Okay, Gegner. Jo, jo, warte. Okay. Und ich hab auch ne Sniper. Äh. Nur einen Schuss, glaub ich. Jo, ich hab auch ne Sniper. Die ist recht langsam. Aber wenn du der einmal triffst, dann ist es meistens immer ganz nice. Ja. Hast ne blaue, ne? Oder hast du... Ja, ich hab ne blaue. Hast du ne weißen? Ne, ich hab ne blaue auch, ja. Auch ne blaue? Aber keine Munition mehr. Dann, warte. Ich glaub auch in dem Haus, wo wir sind, ist alles gut. Munition. Vielleicht hab ich ja Glück und krieg schwere. Ja! Sechs Schuss. Geil. Okay. Hast du, hast Munition bekommen? Ey, ich schau mal kurz hier drinnen nach. Hier drinnen ist auch noch mal ein bisschen was. Hier ist noch ein Sturmgewehr, falls du noch eins brauchst. Oh! Ey, das wär geil. Ich hab nur ne Pichole. Ich hab ein lila Sturmgewehr. Alles nice. Du hast auch ein blaues, ne? Könntest du mir das blaue sonst geben? Hier unten ist ein blaues Sturmgewehr. Das kannst du haben. Ja, das wär perfekt. Okay, warte mal. Mit Schalldämpfer sogar. Mit Schalldämpfer, super. Okay. Ich hab jetzt ein lila und hier ist... Ich hab auch noch ne Kiste irgendwo. Hörst du das? Oh, ich hör sie auch. Wo ist die? Draußen irgendwo müsste die sein. Glaubst du, die ist draußen? Ich glaub, die ist oben sogar. Meinst du? Ich glaube schon. Ah ja, Dachboden, Dachboden. Dachboden, okay. Ey, warte. Chill out, chill out. Ich glaub, da kommt einer. Okay. Ich hab das jetzt noch gar nicht so... Guck mal Richtung Fabrik oder so. Wie viele Sniper Schüsse hast du? Sechs hab ich. Sechs Sniper Schüsse. Ah okay, ich hab acht. Ich hab auch nicht mehr so viele. Hä, okay. Okay, aber die sind dort irgendwo bei der Fabrik. Siehst du das? Ja, ja. Irgendwo müssen die drin sein. Aber ich seh sie jetzt auch gar nicht mehr. Ähm. Ne. Keine Ahnung. Ich brauch ein Bush-Item. Bist du auf dem Weg schon? Endlich einmal in meinem Leben möchte ich mal ein Bush-Item haben. Einmal nur. Ich hab noch nie in einer Aufnahme dieses dreckige Bush-Item bekommen. Noch nie, Mann. Ach komm, das kriegen wir schon noch hin. Alter, nie im Leben. Ich schwör dir. Ich würde da kreischen in der Folge, wenn ich eins bekommen würde. Ach, das machst du auch so schon. Ja, ich kreis. Ach, du machst doch nicht dabei. Ach, du machst doch nicht dabei. Also ich kann auch kreischen. Ich bin das größere Mädchen von uns beiden, okay? Bin ich vielleicht wirklich? Ich bin 1,183 groß. Yeah. 1,83? 1,83. Yeah. Yo. Bist du klein oder größer als ich? Ich regere kein Wort. Ich bin 1,74 oder so. Ah. Also bin ich doch das größere Mädchen von uns beiden. Ja. Warte mal. Dort in der Fabrik ist irgendwas drin, Mann. Ja, ja. Ich baue mal hoch. Ich baue mal hoch. Ein bisschen Schiss habe ich ja, aber hier sind auch ein paar andere Leute von uns. Könnte natürlich sein. Sind glaube ich auf dem Dach oder sowas. Haben gerade in die Hand. Meinst du? Die waren hier. Ja, die waren hier. Ja, hier waren welche drin. Sie sind auch nicht gestorben, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice von mir auf jeden Fall. Hast du jemanden? Guck mal. Auf dem Berg sind auch noch so viele Treppen, die gebaut wurden. Auf dem Berg? Welche Berge? Ich checke grad voll nicht da hinten. Wenn du auf den Berg da guckst, auf den einen der spitze nach oben geht, wie der Burj Khalifa. Ja, da springen auch viele ab immer auf dem Berg. Ja, meine ich nämlich auch. Aber. Da ist jetzt gerade gar nichts. Hey, hier waren doch Leute in diesem blöden Dorf. Hm. Wollen wir mal rein in die Fabrik? Einfach in gucken? Vielleicht sind die da irgendwo versteckt. Glaubst du die sind in? Lass mal kurz reinkommen. Ja, also außen sind die jetzt nicht. Ah, guck mal. Da hat einer von oben aufgemacht. Okay, nice. Dann kommt man rein. Aber ich glaub, die hätten schon reagiert, man würdest du da die ganze Zeit auf dem Dach herumschlagen. Als ob die da wie so Mäuse drin sitzen und gar nichts machen, weißt du? Ich meine. Ähm. Dann würde ich... Oh, oh, oh. Einer schießt. Ja, da wird geschossen. Oder hat einfach einer aus Jux geschossen. Ey, lass mal zu der Hütte da gehen. Ich glaub, da bei dem Weißen ist bestimmt was los. Lass mal kurz mit der Snip kurz da hingucken. Okay. Oder waren wir da schon? Da ist gerade kaputt gemacht worden. Aber ne, es ist einer von uns gewesen. Okay. Ne, da kamen wir noch nicht her. Ich glaub, wir kamen von da vorne. Äh, da. Von oben schießt ein. Oh, ich wurde abgeschossen. Ja, ja. Chill. Okay. Ich bin Gucci. Oh, ich hab ne Dings. Ähm. Einen Rüstungstrang. Okay. Nimm. 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 Ich hab noch... Äh, komm. Hey, what the fish? Wo sind die denn? Wo sind die denn? Oh ne, Mist. Das ist ein Paar. Oh nein. Das sind unsere Mates. Ich hab meinen Mates abgeschossen. Er schießt sich auch an. Ja, tut mir leid. Ich würde ja, ich würde ja gerne tschüss. Äh, danke. Oh. Oh, von hinten. Oh man. Sind wir jetzt Gegner oder was? Da hinten. Bei der, bei der Rotfabrik. Von dort wird geschossen. Brotfabrik? Nicht bei der Brotfabrik. Bei der roten Fabrik. Oh nein. Das ist jetzt ripped, man. Dann lass mal bitte kurz was bauen. So ein bisschen. Okay, 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 okay. Von jeder Seite so ein bisschen. Oh man, ich kann hier nichts bauen. Warum nicht? Hä? Oh nein. Wir sind glaube ich am Baulimit angekommen. Oder sowas in der Art. Hä? Warum kann ich hier nichts bauen? Also ich bin hier oben drin. Sonst kannst du gar nichts bauen. Ach so. Ich kann nichts bauen, weil ich kein Holz hab. Ich bin so ein Dömer, Alter. Komm mal hier lang hier. Ich hab hier schon einen kleinen Unterschlupf gebaut. Ähm. Guck gerade. Wo sind die denn? Ich seh die gar nicht auf die Distanz. Ah, perfekt. Ich hab dich zugebaut. Ey! Warte mal, schimmer. Ich schau gerade, ob ich da vielleicht jemanden sehen kann. But I don't see people. Ich hab gar kein Material hier mehr. I don't see people. Der Rick ist kleiner geworden. Wir müssen runter. Wir müssen runter laufen. Oh ja, wir müssen halt echt gleich runter. Aber erst in zwei Minuten. Ja. Und ich glaub von dort irgendwo dürfen gleich Gegner kommen. Guck mal, da wird irgendwo geschossen. Guck mal, da ganz hinten. Da ganz hinten. Ganz hinten? Das ist aber ein Maid von uns. Ja. Aber der kämpft. Der kämpft. Der kämpft. Ja, ja, ja. Ich seh die Säule, wo der Typ dahinter steht. Ja, ja, ja. Und ich piekt der gleich ein bisschen raus. Oder vielleicht guckt der gleich mit dem Kopf ein bisschen raus. Ey, hast du vielleicht ein bisschen was zu heilen oder sowas? Ein bisschen. Ich hab Medipacks hier. Warte mal. Kannst du mir mal einen bitte droppen? Ja, ja. Kann der droppen. Da liegen sie. Die fallen gerade runter. Ah, ja, ja, ja. Kannst du sie mal nehmen. Ey, weißt du eigentlich, dass ich das erste Fortnite-Video bei dir gesehen hab? Wirklich? Hast du das Spiel von mir? Ja, ja, wirklich. Ich hab das Spiel von dir und vor allem hab ich auch kommentiert damals. Oh. Und hab gesagt, ey, Mann. Aber ich glaube. Avatul, spiel bitte mehr Fortnite. Hey, ich glaube, aber viele Leute haben das durch mich irgendwie kennengelernt. Ich hab ja damals, als das Spiel ganz neu war, hab ich das ja auch gespielt, als es noch gar kein Zombie-Modus gab. Also, als es nur Zombie-Modus gab. Ach so, ja. Ja. Ja, ja, stimmt. Aber das hab ich auch, hm? Aber... Da hinten irgendwo schießen die, Mann. Aber ich will da irgendwie... Ja, okay. Ich würd sagen, wir laufen runter. Komm mal. Lass eigentlich gehen. Das bringt so nix. Ja, gleich kommt der Sturm. Ja, ja. Und solange die da jetzt zu fünft gegen einen kämpfen, ne, haben wir die Gefahr, dass wir vielleicht vom Sturm eingeholt werden. Aber wir brauchen Materialien so ein bisschen, ne? Also ich hab gar nichts mehr. Eigentlich schon, ja. Hau mal zwischendurch ein paar Bäume und so. Ja. Ich hab nämlich grad eben auch irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt beim Bauen. Mhm. Mhm. Also so kann man sich manchmal noch ein bisschen safe bauen, ne? Ja, ich mein, wenn du was zum Zubauen hast, dann bist du halt irgendwie 100% safer. Ja. Weil wenn du angeschossen wirst, dann baust du dich halt schnell zu und dann ist erstmal alles gut. Genau. Wenn man richtig hört kriegen kann. Ja, diese großen Bäume, die geben ja auch ein bisschen. Ja, ja. Wenn du einen Baum hier abbaust, dann hast du hier ja gleich massig an Holz. Ey, das ist ja voll krass. Ah. Das haben sich aber auch echt viele gewünscht, ne? Fortnite. Fortnite ist wirklich das, was sich super viele Leute wünschen, ne? Ja. Und die auch wirklich sagen, ey, das ist voll cool. Ist auch ein Hammer-Spiel. Ja. Keine Ahnung, wir waren jetzt gerade im TS zusammen, deswegen hab ich ja gerade gesagt, lass wir uns zusammen aufnehmen, weil ich da voll Bock drauf hatte. Das einzige Problem ist halt, wenn du halt einmal gewonnen hast, dann musst du dich halt immer steigern. Und ich wollte eigentlich mal mit Lars im Duo gewinnen. Aber das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und deswegen hat es halt eben so... Und der andere Lasi-Hasi. Ja, Lasi-Hasi-Spaasi. Ja, was willst du mit dem machen? Du sagst ihm, du wirst abgeschossen. Lars wird abgeschossen! Und der so, ja, ja, chill Bruder, ich bin noch kurz im Keller. Ich hab hier eine nice Waffe gefunden. Nein. Aber das bringt dir halt echt gar nichts, ne? So ein Lars. Ey, da hinten ist ein Dings, äh, Trankwägen. Ich war viel schneller als ich, ne? Ich muss hier ganz... Hä, du musst doch einfach noch sprinten. Ja, ich brinne dir ja auch, aber ich baue so nebenbei immer noch mal Bäumchen ab und ein paar Steinchen oder irgendwie so. Ah, der gemütliche. Naja, ich bin so der Sammler, weißt du? Der Sammler. Nicht so schlimm wie Lars, aber... Ja, Mann, Lars ist der Sammler. Ja, guck, jetzt läuft unser ganzes Team uns auch wieder her. Aber guck mal, das sind 26 zu 10, ne? Gegen 10, ja. Hammer. Das ist schon echt krass, ne? Also ich glaube, das sind so 30% von denen. Ey, das haben wir. Das haben wir sowas von. Ja, ich glaube auch. Ich möchte schon gerne mein erstes Dings 50 gegen 50 gewinnen. Wobei ich gehört habe, es ist gar nicht mehr so schwer, das zu gewinnen, weißt du? Du hast halt voll viele Teamkameraden. Wenn du halt einen hast, der gute... Hä, seit wann gibt's eigentlich dieses Loch da? Welches Loch denn? Ich war da noch nie drin. Guck mal, da. Dieses Loch in der Wand. Da war ich noch nie drin. Ne, ich auch nicht. Hä, das hab ich noch nie gesehen. Ach doch, doch, doch. Da war ich schon mal drin. Da ist eine Kiste, ne? Hä, ich war hier noch nie drin. Das ist für mich voll unbekannt, ey. Ich bin meistens immer nur bei Pizza-Tomato-Town rausgesprungen. Und das war's eigentlich. Guck mal, da müssen jetzt eigentlich die Leute sein. Wo bleiben die 10? Ja, ja, stimmt. Die müssen jetzt eigentlich... Die müssen ja versteckt sein irgendwo, weil normalerweise... Ja, weil guck mal, jetzt wird der Sturm ja noch kleiner. Ja, ja. Hä, die verstecken sich... Ey, das Problem ist, du checkst auch... Also ich check nicht so... Ey, guck mal, da ist jetzt zum Beispiel einer mit blauem Namen. Achso, der ist in meinem Squad. Achso, das ist unser Squad. Achso. Ah, das ist mit Squats aufgeteilt. Okay, das habe ich noch gar nicht so richtig geschossen. Und dort hinten wird irgendwo geschossen. Okay, es sind nur 8 von denen. Ja, lass dir einen Action-Action suchen. Jo, lass mal Action suchen. Aber es ist... Ja, ja. Ich, ich, ich sehe die, glaube ich. Siehst du die? Okay. Ja, ich glaube, ich sehe, wo die hingelaufen sind. Oh, oh, oh. Da hinten, da hinten. Lass die holen. Oh, oh, oh. Einer von unserem Team hat's grad voll. Ich fährt... Ich fährt hinterbauen, warte. Nein! Hilfe! Oh mein Gott, bist du bei mir? Ich bin grad nicht bei dir. Hier ist grad ein anderer, der auf mich schießt. Oh, okay. Der hat ihn geholt. Bitte rewipe mich. Filipexto. Komm, 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 komm. Oh, oh. Okay, ich werde, glaube ich, schon wiederbelebt von Filipexto. Ah, du baust zu? Nice, nice, nice. Ich baust mich. Alter, der Typ hat ja richtig viel Rüstung gesehen. Hat er mich richtig ausgeholt. Ja, das war grad krass. Das war grad krass. Ich wollte ihn eigentlich anders holen. Aber was soll man denn da machen? Warte, ich zieh mir... Ich mach mir kurz die Dings hier drauf. Okay, von denen leben jetzt noch 6 und wir sind 21, ja? Ja. Könnte aber auch sein, dass sie ganz schön heftig sind. Aber gegen 21 Leute... Die letzten 6. Ey, aber aus unserem Squad ist kein einziger gestorben. Hast du mich hier schon wieder eingebaut, sag mal? Naja, hab ich gar nicht. Du hast dich selber eingebaut, grad eben, als du Zug gebaut hast. Nee, gar nicht wahr. Jo, angeblich, Mann. Äh, wo sind jetzt die Letzten? Alter, die müssen irgendwo hier in diesem Kreis drin sein. Ist so, ja. Ich bin jetzt... Ich bin auf der Burg, ich bin auf der Burg. Oh, irgendwo wird geschossen. Ich laufe ein bisschen rum. Ich laufe frei rum. Ey, da hinterm Baum. Hinterm Baum. Ja, ja. Oh, ich hab einen getroffen. Nice. Oh, und, und. Oh, werden die... Guck mal, wie die zerschossen werden. Oh mein Gott. Hä, sind die nicht alle schon tot? Ja, Mann, da schießen immer noch alle hin, obwohl alle schon tot sind. Als ob, ey. Okay. Drei Leute noch. Drei Leute noch. Wo sind sie? Wo sind sie? Da unten, da unten. Wo, wo, wo? Oh, den hol ich mir, den hol ich mir. Okay, okay, okay. Ich geh jetzt in die Scheune rein und hol mir den. Ja, warte, warte, warte. Ich möchte den letzten Kill haben. Ey, lass, lass dir Granate werfen. Ey, das wär eigentlich auch eine ganz nice Idee. Ist der da in der Scheune drin? Also hier in der Scheune müsste einer drin sein, ja. Da. Oh nein. Ich bin so schlecht. Hol ihn. Easy. Ja. Ey. Okay, ich lieg neben ihm. Ich bin so schlecht. Okay. Okay, nice. Okay. Okay, lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Ey, komm, den letzten. Oh, dann. Wieso schiebst du den Person auf dich? Oh, yo. Ich dachte gerade, das ist ein Gegner. Das wäre jetzt gerade voll die komische Situation. Ich weiß. Wie viele Leben hast du noch schaffen wir das? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich dachte, der macht dir keinen Schaden oder was? Lass den letzten holen. Lass den letzten holen. Warte, ich muss bandagieren. Ich hab nur noch 20 Leben. Hey, mach mich. Ach, wir sind doch sowieso 17 Leute. Wir können es schaffen. Wo ist der letzte? Okay, komm. Da oben ist einer. Da oben. Da oben auf der Burg ist einer. Auf der Burg ist einer von den Gegnern? Ja, ja, ja. Der kommt ja gleich irgendwo hergelaufen. Okay, ich geh mal hoch. Wo sind die? Wo sind die? Warte mal, ich baue mich auch hoch. Ich mach mir jetzt mal... Epischer Sieg! Wow! Okay, Leute. Das war 50 gegen 50. Falls ihr mehr davon sehen wollt, gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schaut bei der guten alten Easy Cheesy vorbei. Und man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Fortnite. Yeah! Ja! 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 Ja!